Hi Elite Primi, Primi oder Primi, ich sprech manchmal Primi, Prime und das heißt Prime und nicht Primi, was ich immer falsch aussprich. Das ist mein Big Nils. Hi Michael, sag ich einfach. Ich grüße Moritz und Max zum letzten Mal bitte. Weil ich kann nicht immer den gleichen grüßen, grüße Moritz und Max, grüße Moritz und Max. Ich kann nicht den gleichen grüßen immer wieder, ne? Das ist das letzte Mal, dass ich den jetzt grüße. Moritz und ich den Max. Das letzte Mal, dass ich den jetzt grüße. Come on Pro. Ich merk's, dass du gut bist. Fertig. Genau das gleiche wie beim anderen. Reingebaut und die Ehre gefressen. Genauso wie gerade eben. Genau das gleiche. Genau das gleiche nochmal. Oh Mann. Warum sterben sie? Von so einer Kleinigkeit. Da frisst sich durch seine Wand und er merkt das nicht. Der Fallenplacer. Nicht den Camper machen, komm raus. Das war's. Digger, der hat hier zwei Traps hingeplaced. What? Zwei Traps? Wie kann man am Anfang schon zwei Traps... Der hat zwei Traps hingeplaced. Das ist echt total unerwartet. Mit einer kleinen Treppe habe ich mich noch gerätzt. Von dieser Kackfalle. Mein Gott, da muss es auch sein, ne? Dass ich jetzt 60 Leben habe. Weil ich gerade wirklich schlecht gespielt habe. Das ist wirklich so, oder? Das ist das Giftkranoten. Das heißt 75 Leben. Also Abo gegen Abo. What is not? Abo gegen Abo. Das kannst du mit deinen... Mit deinen... Mit den Leuten ins Team sprechen, ob sie mit dir Abo gegen Abo machen will. Aber mit mir nicht. Nur zur Info. Ich mach' kein Abo gegen Abo. Ich mach' nur... Ich mach' nur, dass es gar kein Abo gegen Abo gibt. Weil ich hatte schon mal jemanden, der auf meinen Kanal kam. Was hat... Er hatte 4000 Abonnenten, aber kein einziges Video. Hier. Und nur durch dieses Kack Abo gegen Abo. Nur wegen Abo gegen Abo. Und nur durch dieses Kack Abo gegen Abo. Aber kein einziges Video zu haben. Denk... Denk logisch nach. Du brauchst Aufrufe, um das in Geld zu verwandeln. Hä? Also ist das komplett dumm, Abo gegen Abo zu machen. Wenn du ein Video hast, dann vielleicht. Aber wenn du kein Video hast, ist das total unnötig. Was willst du mit 4000 Abonnenten zum Beispiel anfangen? Und dann einfach kein einziges Video haben? Du kriegst ja kein Geld. Du kriegst 0 Euro pro Monat. Geil. Das ist natürlich sehr guter Lohn. Und das hat YouTube mit Absicht gemacht, damit es dir keine Abo gegen Kacke gibt. Also Abo gegen Abo. Ne? Mit Absicht hat das Epic Games gemacht. Ich meinte... Boah. Jetzt verwetzt ich Epic Games mit nem Kack YouTube. Jetzt verwetzt ich Epic Games mit YouTube. Warum? Keine Ahnung. Da kommen wieder keine Gegner. Ich will eigentlich nur Mad Kids. Und das lag hier. Komm her, wovor steckst du dich? Wovor steckst du dich hier? Mit Sniper ein Flugzeug zu treffen ist fast unnötig. Oh mein Gott! Klippte! Shit! Mit einem Jagdgewehr. Tsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der wartet präzise auf sein Head. Präzise auf sein Head. Alter. Digger, dieser Schuss. Episch der Schuss, den es gibt. Mein Gott. Was war das denn gerade? Das war so ein starker Sniper-Schuss. Mein Gott. Das ist einfach nur brutal gewesen. Der Typ hat zuerst mal so geguckt, wie ich die Sniper-Storm durch oder irgendwas anderes. Und er sieht so, Jagdgewehr und er deckt sich so. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. So bestimmt. Er hat's bestimmt gesehen, dass ich Jöcke mehr habe. Und ich merke, dass er mir immer noch zuguckt. Und ich bin jetzt. Ich bin jetzt lebih sicher. Ich bin jetzt für ein Sieg. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Und ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bandagen, gesaved Gesaved, 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 gut, gesaved, alles, gesaved Rennen 27 Leben Hart, 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 hart Hart, 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 hart Okay, ich, wenn ich, wenn ich Zeit habe, kann ich mir dann meine 100 Leben holen Boah Immer wenn es so spannend ist, kommen 30.000 Leute Als wären, als hätten sie das gewusst Also gerade reagiere ich nicht auf Kommentare, wenn ich so konzentriert bin Dass ich nicht mal darauf schauen kann Weil wenn einmal ich wegschaue, kann es sein, dass ich mit Scar einfach getötet werde Also Abo zocken Jeden Tag um 17 Uhr, ne? Bitte Ihr müsst, ich sag's, ich wiederhole's immer wieder Ich sag, wenn, ich sag's nach einer Minute sofort 17 Uhr Abo zocken jetzt auch jetzt Das, ich schwöre, ich halte das nicht mehr aus Weil, weil ich kann Was soll ich denn noch machen? Bis auf die, jede Sekunde Ähm, sieg's nur Abo zocken zu sagen Was denn sonst? Aber ich hab's ja Hab grad einen, der 200 Leben hatte Mit 35 Leben In dem ich mit seinem, mit meinem Jagdgewehr Ihm so die Ehre genommen habe Wieder Warte, nicht jetzt Nicht, nicht Komm her Komm her Komm her Bleib stehen Bleib stehen Bleib stehen Bitte Das ist wieder Triad-Schwitzer Lass die fahren Am Skin Schon wieder Ey, Dicker Das schnapp ich doch nicht immer runter Ist total unfair Ist doch total unfair Wenn ich mich runtersnipe, ne? Muss ja auch sein Das schnapp ich mich Was ist das unten? Der macht mir viel zu viel so'n Druck Und der noch da vorne macht mir am meisten Druck Das ist so schwer gerade Weil der muss mich unbedingt anreffen Okay, er ist gestorben Ist weg Okay, dieser Jagdgewehrtyp ist weg Also muss ich mir keine Sorgen machen mehr Ich muss mich genau jetzt runter machen Ich geh die Wolfen da rein von Like a Taktik Ich hab so'n Schreier-Sweater hier neben mir Äh, der baut mich weiter ab Ich hab halt einfach Arschkarte gezogen Ich hab die 75 Leben Ich hab die Todesarschkarte gezogen Er darf doch nicht hinein unter oben bauen Boah, heig und Jetzt kann ich runter, perfekt ja 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 ja